Moin, ich bin Erik vom We Are CRU Team und wir gehen heute mal über den Campus und fragen die Leute, was sie für positive Emotionen mit Orten hier an der Uni verknüpfen. Let's go! Moin, mein Name ist Finn, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere an der Uni Kiel Spanische, Portugiesische und Italienische Philologie und bin jetzt spontan in dieses Interview hier geraten und freue mich sehr drauf. Ein Ort, den ich mit positiven Emotionen verbinde, ist auf jeden Fall die Mensa, weil ich meist erschöpft aus dem Unterricht rausgehe und täglich beglückt werde vor Speis und Trank in der Mensa und dementsprechend würde ich sagen, auf jeden Fall Mensa 2. Kommt vorbei, wenn ihr mich sehen wollt. Ja, ich kann auf jeden Fall die Cafeteria tagtäglich empfehlen, da ist auch immer das Werbeplakat mit der Currywurst. Für 2,50 Euro kannst du saugut dort essen und dementsprechend bin ich meistens in der Cafeteria anzutreffen. Ob ich viel in der Mensa lerne? Nein. Ich lerne nicht viel in der Mensa. Hi, danke für die Inhabilitation und danke für mich auf diesen Kanal, den ihr hier an der Uni. Mein Name ist Jamirka Rojas Agramonte und ich arbeite hier an der Uni. Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen schwierig, weil, wenn du mir fragst, ich sagst, dass ich angefangen habe an der Uni in der Anfang des Jahrzehnten und das war, als die Pandemie begonnen hat. Das bedeutet, dass ich wirklich nicht viel Erfahrung hier an der Uni. Aber ich kann dir eine, die ich wirklich richtig erinnere mich, ist, dass die Klasse, die ich in der Presse mit den Studenten gegeben habe. Denn in diesen Tagen, ich erinnere mich, dass alles online war und dann, zumindest mal eine Woche, ich war mit den Studenten in der Klasse, in der Presse, und das war sehr wichtig für sie, aber auch für mich. Und in einem anderen Ort, ich kann dir auch sagen, dass ich eine sehr gute und positive Erinnerung habe, oder Erinnerung für mich, ist in meinem Labor. Ich habe auch schon gesagt, dass ich ein Geochronologer gesagt habe. Und in dem Labor, das ist der Microscope-Lab hier in unserem Bereich, in der Geoscience-Departement, wo ich die Mineral-Separation für meine Arbeit mache. Und jederzeit, wenn ich hier im Labor mit dem Microscope sitze, und ich schaue unter dem Microscope, diese Minerale, natürlich fühle ich sehr glücklich, denn ich finde sie, ich sehe sie und ich weiß, dass ich ein sehr guter Erinnerung habe. Hallo, hi everyone, ich bin Ngoc Trang, und ich komme aus Vietnam, aber ihr könnt ihr mich nennen, Mia. Ich bin jetzt ein Master of Quantitative Finance Student in Kiel Universität. Und ich habe hier nur zwei Monate, nur zwei Monate in Kiel. Ja, es ist in front of hier, der Universität Bibliothek. Mostly, ich gehe da twice, alle zwei Tage. Denn in der Dome, es ist ein bisschen ruft. A lot of people kommen in und kommen raus. So in der Bibliothek, es ist ein ganzes Universität. Ich liebe die Natur hier, weil es hier gibt, weil es viele Orden mit vielen Bäumen und Bäumen und Bäumen sind. Es ist wirklich professionell und ich freue mich. Ja, ich bin Johanna, ich studiere im achten Semester im Bachelor. Ich studiere Archäologie und Biowissenschaften und bin hier an der Uni in Kiel. Kiel hat natürlich noch wesentlich mehr zu bieten, aber hier an der Uni ist der Botanische Garten auf jeden Fall. Also das Nonplusultra, was man auf jeden Fall gesehen haben kann oder auch muss, die vielen verschiedenen Pflanzen. Man hat die Gewächshäuser, man hat den Außenbereich. Es gibt ja verschiedene Areale, wo verschiedene Arten von Pflanzen überhaupt leben können an verschiedenen Standorten. Und da gibt es einfach so viel. Es gibt die Entenküken, die man sich ansehen kann. Das ist auch manchmal ganz süß. Wir waren hier auch oft schon, ich war oft mit meinem Freund hier. Wir machen hier manchmal Spaziergänge, gerade wenn das Wetter so schön ist, um einfach die Pflanzen anzusehen, das Wetter zu genießen, die Sonne zu genießen, vielleicht auch ein kleines Picknick zu machen auf den Parkbänken dort. Es ist halt schon so, dass man einfach mit einem anderen Auge da reingeht, wenn man das in der Botanik zum Beispiel einfach lernt. Man geht mit einem anderen Auge durch, man sieht vielleicht gewisse Merkmale an Pflanzen, man sieht, was für Blätter gewisse Bäume haben und hat da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf. Also man hat da einfach schon einen ganz anderen Blick für. Ja, ich bin Monique Fritscher, ich komme aus Brasilien und unterrichte hier an der CAU Portuguesisch. Ein Ort, der mir sehr gut gefällt an der Uni Kiel sind die kleinen Seen vor oder neben der Mensa 2 und neben des Gebäudes LS 10. Der Botanische Garten der Uni Kiel ist wirklich sehr schön. Auch für uns Mitarbeitende und Studierende hier an der Uni eine sehr gute Gelegenheit, eine längere Mittagspause zu machen und einen kleinen Spaziergang im Frühling und im Sommer ist der Botanische Garten natürlich viel schöner. Nun regnet es und wir sind raus. Cut! 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 Vielen Dank.